Hallo, ich bin Silvia Breher. Ich bin 44 Jahre alt und komme aus dem Wahlkreis Kloppenburg-Vechter. Ein typischer ländlicher Raum und der ländliche Raum ist auch das, was mir besonders wichtig ist. Mein erster Eindruck hier im Bundestag ist tatsächlich, dass die Menschen sehr, sehr freundlich sind und sehr offen sind. In der Fraktion und auch die ganzen Mitarbeiter im Haus, alle sind sehr, sehr selbstbereit. Ich setze mich ein für eine gute Politik für unseren ländlichen Raum. Das sind Themen wie Breitbandausbau oder Mobilfunkversorgung, aber auch die ärztliche Versorgung auf dem Lande ist sehr wichtig. Verlässlichkeit. Man muss sich aufeinander verlassen können und zu dem stehen, was man gesagt hat. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch eine gute Portion Durchsetzungsfähigkeit und Standhaftigkeit in den Themen. Mich begeistern spannende Diskussionen, unterschiedliche Meinungen und letztendlich dann gemeinsam ein tolles Ergebnis zu finden. Aber ich bin auch ein Privatmensch. Ich bin sehr gerne einfach nur mit meiner Familie zusammen. Genieße den Garten oder verbringe Zeit mit meinen Freunden. Genieße des D DWCO às FN Daten. Genieße den Garten.